In irgendwelchen Situationen nicht so verträgten Notausgänge befinden sich sonst dort, dort und dort. Für die, die das noch nicht wissen, es handelt sich um einen Mitmachtext. Es ist eigentlich immer so, ich muss immer eine Zahl schreien. Ich merke dann relativ schnell, was ihr machen müsst. Aber im Prinzip läuft es immer so, ich sage Zahl und ihr schreien. Also wir üben das ganz kurz mal. Ich zähle auf 3 und ihr schreien das immer noch. Und zwar so laut, dass man es bis auf Schmerken gehört. Ich kann zwar auch keine Ahnung, was Schmerken ist, aber es tut das so. Also gut, wir üben das jetzt gerade mal. Ich sage, ihr schreien. Gut. 1 1 2 2 3 3 Ja gut, mit dem können wir arbeiten. Professionelle Sänger, wie ihr gesehen habt, lernen hier den Text natürlich auswendig. Darum habe ich den Text dabei. Ja, legen wir los. Frau Kalt, ruhig Sie mich bitte nicht von der Schule. 2 3 3 4 4 5 5 5 6 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 9 7 7 7 7 8 8 8 10 11 11 12 13 14 14 15 15 15 weil es so unglaublich tödlich ist, sondern weil es als Boisenschule verboten ist. Und das eine disziplinarische Massnahme, das geht natürlich gar nicht mehr. Sechs weise M&G-Lehrer haben die Steuern hintergezogen. Bei fünften hat das keiner gemerkt, aber einer ist aufgeflogen. Fünf weise M&G-Lehrer trinken gerne ein Bier. Der eine Mann trinkt noch zwanzig aufs Mal und jetzt sind's nur noch... Drei! Vier weise M&G-Lehrer hauen sich aufs Knie. Vorlachen, weil einer gefunden hat und jetzt sind's nur noch... Drei weise M&G-Lehrer haben zu viel Drogen genommen. Zwei haben überlebt und einer eben nicht und jetzt sind's nur noch zwei. Zwei weise M&G-Lehrer haben sich um eine Lehrerin gestritten. Die eine bekommt ihre untere Teilung und der andere bekommt ihre... Ja, 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 ja. Ein einsamer MNG-Lehrer hat sich an Hottingen beworben. Aber weil es an Hottingen-Schaurig langweilig ist, ist er dort auch mal gestorben.